Ich möchte den Häftling 2675 sprechen. Das internationale Gefängnissystem sieht keine Rehabilitationsmöglichkeit mehr. Diesen Bau verlassen Sie erst wieder mit den Füßen voran. Sie werden von nun an keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben. Keine Besuche, keine Anrufe, keine Briefe. Genau genommen gelten Sie als tot. Und wenn Sie nur eine einzige meiner Regeln brechen, werden Sie feststellen, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Ein sehr schmerzhaftes Leben. Willkommen in Absalom. Für jedes Verbrechen gibt es eine Strafe. Häftling 2675 wurde abgeliefert, Sir. Gut. Jeder Fehler hat seinen Preis. Für jedes Opfer ist dies die Zukunft in der primitivsten Form. Gehen Sie zurück! Du bist! Haben Sie noch irgendwas dazu zu sagen? Drehen Sie mir nie wieder den Rücken zu. Der Produzent von Aliens und Terminator zeigt Ray Lioda Flucht aus Absalom Amen. Herr Lioda